Musik Was geht ab Leute, euer Nexon ist zum ersten Mal auf dem VP-Kanal am Start Und ja Leute, wie ihr es wahrscheinlich schon an der neuen Stimme hören könnt Ich bin ein neuer Kommentator vom VP-Klan Und bin jetzt seit ungefähr einer Woche im VP-Klan drinnen Und ja, das soll jetzt einfach mal mein Vorstellungsvideo werden Und wie ihr es wahrscheinlich schon an der Videolänge sehen könnt Es soll ein richtig schnelles Vorstellungsvideo werden Weil im Hintergrund einfach so ein krasses Gameplay läuft Und zwar ein 85 Sekunden FFA in Black Ops 1 mit der Pharmaster spielt auf Nuketown Auf jeden Fall richtig krasses Gameplay Und wir wollten jetzt halt auch mal ein bisschen Abwechslung reinbringen Weil jetzt nächste Woche auch schon Advanced Warfare da ist Und da werden wahrscheinlich jetzt auch die neuen Advanced Warfare Gameplays kommen Auf dem VP-Klan Und ja Leute, deswegen freut euch, es werden richtig krasse Gameplays kommen Wir haben richtig krasse Gameplayerspieler im Klan Und deswegen werden auch krasse Gameplays kommen Auf jeden Fall, ich habe jetzt noch eine Minute zu reden Wie gesagt, das Gameplay ist richtig krass schnell erspielt Und dadurch habe ich jetzt auch nicht so viel Zeit zu reden Und ja, da kann ich einfach mal sagen, wie es mir halt bis jetzt gefällt im VP-Klan Auf jeden Fall, das sind wirklich chillige Leute Und ich bin halt so in einer Gruppe von Kommentatoren Und wir haben halt auch eine eigene WhatsApp-Gruppe und so weiter und so fort Also es sind halt immer so Gruppen, okay Es sind halt so Spielergruppen, so Kommentatorengruppen Und ich muss wirklich sagen, alle sind wirklich nett Also alleine schon die Lieder und so weiter und so fort Das sind einfach wirklich nette Leute Und ja Leute, was ich halt eben noch dazu sagen kann Dass mir die VP-Klan bis jetzt wirklich sehr gut gefällt Weil sie einfach Kommentatoren, Gameplay und Designertechnisch einfach richtig krass sind Und das habe ich schon bei meinem Vorstellungsvideo Also halt bei meinem Bewerbungsvideo schon gesagt Dass sie einfach so in allen Sachen krass sind Und deswegen sage ich das einfach hier noch einmal Und ich würde einfach mal sagen, wenn euch das Video gefallen hat Dann lasst einen Daumen nach oben da Und schaut auf meinen Kanal vorbei, denn ich mache auch Commentaries Und ja Leute, dann würde ich einfach mal sagen, haut da rein Und bis zum nächsten Mal, ciao Ciao Ciao